Also mit dem Kühlschrank bin ich sehr zufrieden. Ja, das ist einfach, glaube ich, das Universalgerät für fast dann jeden. Wenn zwei Rehe draufstehen, gehen da wirklich zwei rein. Also vier Stück größeres Wild bringen wir locker rein. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, das ist wirklich perfekt. Man braucht das wirklich nur reinhängen, es ist alles eingespeichert. Ich habe schon einen fast 100 Kilogramm Keiler drinnen hängen gehabt und es geht sich alles wunderbar aus. Und ich lasse die Rehe so circa sieben Tage hängen. Aber der war zart beim Grill und alles perfekt. Das muss ich ehrlich sagen. Von der Haut her, das löst sich ganz anders. Auch diese, wie man was aufhängen kann drinnen. Mit der Verlängerung, da können wir mit dem Aufzug hinauffahren, mit dem Wendehacker, den ihr auch habt. So mit den großen Schienen und so hat richtig sein, das Teil, ja. Und eigentlich haftet gar kein Schmutz, nicht richtig dran. Kurz rausgewischt und dann ist das fertig. Unkompliziert zum Reinigen, einfach in der Handhabung und voll praxisorientiert, ja. Leicht zu reinigen und für jedes Wildstück passend. Und er kühlt wahnsinnig schnell. Top zufrieden. Okay. Kann man nur weiterempfehlen. Das ist eine super Geschichte. Und auch für Geburtstagsfeiern recht geschickt. Man kann den anschieben mit Bier und Wein. Na, da. Ja, da. Ja, da. Ja, da.